Und damit herzlich willkommen zurück zu AI The Somnium Files. So, wir haben jetzt A-Set zufällig getroffen, mehr oder weniger, und schauen uns A-Set erstmal an. Na, ich weiß noch nicht. Bist du A-Set? Silhouette? A-Set. Äh, okay. Fierce. Äh, Upset, Regret, A-Set. Hm, Wasser. Wett, sweat, A-Set. Yay, A-Set, du wirst es! Oh man. Die magnetischen Wurzungen in der Atmosphäre causen sicherlich aberrantes Behaviour. Wir sollten uns zuerst verlassen. Wir können jetzt nicht gehen. Das funktioniert nicht. Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt. Ein Senior in der Hochschule? Ja. Gatte, ich empfehle, dass du deine Hand zu dir selbst behalten kannst. Nichts Wurzeln, ich werde nicht einen Bewegung machen. Was? Oh, ich habe gesagt Ota. Warte, du wirst einen Bewegung auf mich machen? Hm. Ähm. Ja gut, ähm, seid ihr Freunde von Mizuki? Mizuki Okiura? Ja, ich bin. Ach wohl, nee, du bist, ne? Nicht ihr seid, du bist, ja, ja. Mr. Okiura läuft die Agency. Und Mizuki ist seine Daughter. Also, wir hangen manchmal. Ist das, wie ihr Freunde geworden seid? Es gibt mehr zu tun, als das. Aber in der Grunde. Mizuki und ich lebten gemeinsam unter dem selben Dach. Aber sie hat mir nichts über ihr Privatleben erzählt. Sie hat mir nicht wirklich überhaupt irgendetwas erzählt. Ähm, wenn ich mich da... Oder woran ich mich erinnern kann. Tja, ich tappe wirklich im Dunkeln. Was ist deine Beziehung zu Ota? Ja. RELATIONSHIP? Wir sind wie eine Gäste und eine Summon-Thrall. Her-Thrall? Wenn Tessa ever gets in trouble, ich schweb in und protect sie. Ihr klingt mehr wie ein Super-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero. Ota immer mich schützt, wenn ich mich versetze online. Ähm. Stop, du machst mich blusher. This guy. Genau, wegen des Socket-Puppet-ing. Sock-Puppet-ing ist das Handpuppe? Hey, lass mich dir was erzählen. Es geht um die Posten auf Twitter. Warte! Hat er eine Angst? Hm. Sieht so, dass du mein Thron jetzt bist. Ist das richtig, Ota? Ja, mach einfach cool. Du schützt gar nicht. Ich bin blinken. So, ach, mit Ota können wir auch wieder sprechen. Wir schauen uns das noch mal an. Ota schaut nach zu ACET. Nun, er schaut nicht, sondern eher ein Starren oder ein kräftiges Gaffen. Irgendwie so, wo könnte man das bestimmt übersetzen? Äh, über ACET. Äh, über ACET. Tessa, you always look so cute. So, so cute. So cute that I can't take it. Don't you think so too, Date? You're awfully familiar with her. I can't help it. Her loving aura is in the air. When I'm with her, I just... My head gets all light. And I just relax and don't sweat the small stuff. You know? Hast du mit ihr über Letzte Nacht gesprochen? Oh, ähm... Ich habe über das gehört. Über Ota zu sehen, dass das Korps in Bloom Park gesehen hat. Er hat mir gesagt. Ach, hier erzählt er sowas. Tessa? Warum nicht du nicht zur Polizei gekommen bist? Such eine schockende Geschichte würde sicherlich die junge Frau interessieren. It is possible, Ota wanted her attention. Mhm. He told her about a dead body he found for attention? Möglich, ja. Actually, I already knew about it, before Ota told me. Äh, what? How? It's all over the internet. When I saw Ota this morning, I asked him about it. He told me he saw the body. Okay. Wegen Shoko Nadami. Ich zog Shokos Foto aus meiner Tasche und zeigte es Ota. You know, who this is, right? Yeah. It's the woman I saw at Bloom Park. Her name is Shoko Nadami. I saw it on the news. Wait. Do you not know, who her daughter is? She has a daughter? Okay. I didn't know that either. They must be unaware that Shoko is Mizuki's mother. Maybe because her last name is different. Gut möglich. Nadami and Okiora. It has also not yet been reported that Shoko is Renju's Ex-Life. Die Einbendungen sind schon klasse. Sie erzählen zwar wie immer alles 30 Mal, aber es hat schon was. Wir gehen. Date, ich habe determined, dass diese zwei keine weiteren Informationen für uns haben. Alles klar. Unsere Ziel ist, den Mörderer von Shoko Nadami zu finden. Lass uns weitergehen. Ja, und den Mörderer werden wir hier nicht finden. Right. Let's head back to the crime scene. Hm? Hm? See you kids later. Um, where are you going? Back to where the corpse was found. In that case, I'll go with you. Bitte nicht. You'll what? Please take me with you. Why? Because I want to know more about what happened. Do you have any suspects? Probably some crazy murderer, right? Gleich stehst du ganz oben auf meiner Liste. That's what Oto was telling me. The corpse was strung up on that merry-go-round. It must have been some kind of twisted message. Oto, take a video. Huh? Just do it. Mr. Date! Please, Mr. Date! You can't leave me! What? I can't imagine life without you! What are you doing? Yeah, I'm a... Ota, did you get it? Oh, uh, yeah! Ah! Eh, okay. Herr Date, du bist ein Mitglied der MPD, nicht wahr? Ein öffentliches Servant? Ich frage mich, was würde passieren, wenn dieses kleine Video viral gehen würde? Warum machst du das? Ich habe dir gesagt, ich will, dass du mich zur Szene des Krieges ziehst. Wenn du das machst, dann versuche ich, dass ich das Video verlassen werde. Ach ja. So, und du kleiner... Sind was nicht? Oh, nicht überhaupt. Ich habe nur gedacht, dass dein Körper in Tokio Bay sinkt. Ich bin gearbeitet zu sinken. Teil des Jobes. Gut, wir gehen zur Karte und nehmen sie halt mit zum Blumenpark. Unfassbar. Dafür kriegen wir wieder die tolle Auto-Animation, hoffe ich. Auto? Ja, Auto. Oh, diesmal mit anderem Hintergrund. Uh. Und wir sind sogar im Auto. Nee, ist halt auf dem Passagiersitz. Hast du irgendwelche Fragen an mich? Fragen. 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 Ah. Was ist es wie ein Detektiv? Ich weiß nicht viel über das. Ich bin nicht ein Detektiv. Mhm. Aber du bist ein Autor, nicht? Ja. Aber ich bin nicht in der Krieges Unit. Dann welche Unit bist du in? Was indeed? Du wirst mir nicht sagen? Bitte! Was machst du? Ich habe nur gedacht, dass das Video posten. Woah, warte jetzt. Dann sag mir! Äh. Äh. Stimmt, in Japan haben sie auch Linksverkehr. Hm. Nein, nicht doch. Warum bist du ein, ja, Talentstar geworden? Well. Ich glaube es war, weil... Ich wollte immer bekannt sein, du weißt? Ich will bekannt sein. Auf TV. Ein Hausaufgabe. Du bist noch nicht da? Das ist okay. Internetstar machen besser, wenn sie nicht auszahlen. Internetstar? Ota hat es dir nicht gesagt? Ich bin die meisten bekannt auf dem Internet. Ich mache Songs. Und Danze. Und... Ich spiele Videogame und Sachen auf dem Stream. Hast du von Shovelforge gehört? Shovelforge ist ein Spiel, in dem man manipuliert auf dem Terrain, um die Strukturen zu bauen. Ich habe viel auf dieses Spiel zu beschäftigen. Was ist denn auf der TV? Ich bin noch nicht sehr populär. Ich kann nur auf der TV als Hintergrundsinger oder so. Ich bekomme auch nicht viele Gigs. Das ist ja kein Anfang. Wie hast du... oder wie fing es bei Lemniscate an? Well, at first all I did was stream from home. And then, not to sound cocky, but I started getting pretty big. I started getting offers from agencies. And one of them was Lemniscate? Well, not exactly. Huh? My mom's actually an old friend of the president of the agency. A friend of Renju's? Yeah. So I asked him for advice one day. You know, you have to be careful. Even a place that looks legitimate with an office and everything, can be sketchy. And my mom and I didn't know anything about the industry at all. Anyway, one day Mr. Okiyora said to come see him at his office. And he hooked me up. Wegen des Videos. You know, now that I think about it, wouldn't you get in trouble for that video too? What? The video. You're an idol, right? You have a status to maintain. If that video went viral, I think you'd be in trouble too. It's okay. Uh, it is? Because sometime real soon? Yeah. I'm going to die. Okay. What? I can see into the future. I know when I'm going to die. I'm going to die. Is klar. Just kidding. Ach, schön. Aber ich würde es den Machern tatsächlich zutrauen. Das sind übrigens wirklich genau die gleichen, also nicht nur das gleiche Studio, sondern wirklich die gleichen Entwickler, beziehungsweise der gleiche Kreativkopf, der hinter der Zero Escape Reihe steckt. Anyway, I'm not going down without a fight. So I will release that video, if you don't cooperate. Ach, Erpressung ist doch was Schönes. Wegen Mizuki. We're good friends. We go to movies and karaoke and go shopping together. She's really good at listening to me bitch and moan about my problems. I'm so much older than her, but it really doesn't even feel like it. Wegen Ota. Why do you ask? You two are very close, for an idol and a fan. Das stimmt. Ota is special. Auch das stimmt. He really is like a hero to me. Hero, huh? Wobei, eigentlich geschieht es Date ja ganz recht, ne? Er presst ja Oka genauso. Ja, ne? Schließt sich der Kreis dann fast wieder. Ähm, ja. Wegen meines Departments. Ich bin Teil eines speziellen Investitionsunits, die als Abyss. Date? Ich habe keine Wahl. Was ist Abyss? Erzählige Gehirn-Investitions-Squad. Die Republik weiß nicht, dass sie es nicht wissen. Wow, cool! Ich sage nicht, dass ich es nicht erzähle. Ich versuche, dass ich es nicht will. Ich versuche, dass die ägyptische Götin Isis ist. Isis, war die auch in Silvers Cape drin? Irgendeine ägyptische Göttin war da doch drin. Aber ich glaube, es war eine andere. Wir haben aber noch nicht alles hier. Dashboard. Das Dashboard. Das hat eine ganze Menge Zeug eingebaut. Das hat das... Den Tacho, ähm... Geschwindigkeitsanzeige und andere Meter und Anzeigen und Sachen. Ja, ja. Wheel. Es ist in Australien gefertigt. Also ist das... Ah... Ich denke gerade auf der rechten Seite. Okay, dann ist es... Das ist deshalb, weil sie auf der linken Seite der Straße fahren. Das heißt, in Japan ist doch Rechtsverkehr. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil wir fahren ja selber auch auf der linken Spur. Der Review Monitor. Ich kann die Szene sehen, ja. Ah, wie lautet denn richtiger Name? Ich bin gerade auf der rechten Seite. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin gerade auf der rechten Seite. Ich bin gerade auf der rechten Seite. Ich bin gerade auf der rechten Seite. Ist etwas falsch? Kennt er sie? Nein. Es ist nichts. Kennt er sie vielleicht? Hm. Schauen wir mal. Blumpark, Samstag, 13.12 Uhr. Entschuldigung, Yukoname Date? Das ist richtig. Und die Frau? Sie ist ein wichtiger Begriff für dieses Fall. Ja, ja. Wir haben hier Business. Oh, okay. Tja, und so sind wir wieder hier am Tatort. Iris konnte ihre Aufregung nicht zurückhalten und, ja, rannte in die Szene. Oder in den Tatort. Das ist Iris. Gut, dann sind wir also mal wieder hier und schauen uns wieder um. Diesmal bei Licht. Naja, mehr oder weniger Licht. Der Panda ist noch da. Oh, ja. Ich werde nicht verpflichtet werden, oder? Was sprachst du? Nichts. Ich habe nur gedacht, ob ich ein Spiel mag. Okay, die Anspielung habe ich nicht verstanden. Sprechen wir mal mit dem Polizisten. Ein Local Cop. Okay, können wir nicht. Und Iris sprechen. Na gut, wir können sie erst mal anschauen. Iris untersuchte das Pferd. Und schaute sehr neugierig da rüber. Was tust du da? Ich war versucht, ein paar Kluge zu finden. Sie ist ein natürlicher Detektiv, oder? Mhm. Herr Date, war das Körper hier an diesem Hörsen? Ja, das ist der. Hm. Sieht so, wie ein Ritualmörder für mich. Vielleicht ein religiöser Kult, die sie zum Dävel oder so. Aha. Sie haben ihre Ritual hier gemacht. Wie schadowige, hooded Figuren. Sie gehen um und um. Sie schrauben sie ein, ein und ein. Das ist ziemlich eine Erinnerung. Aber, hast du keine Beweise? Ich habe es. Na, lass uns das hören. Da bin ich ja mal gespannt, was sie für einen Beweis hat. Warum glaubst du, dass das hier ein Ritualmord war? Die Horses. Horus? Sounds kind of like Horus, right? Was bist du? Du bist nicht, Horus? Horus ist der Egyptian god von der Sky und Sun. Der right eye ist der Eye von Ra. Und das ist der Sun. Der lefte eye ist der Eye von Wajet. Und das ist der Moon. Es ist die gleiche Idee hinter dem Eye von Providence. The Eye von Providence? The All-Seeing-Eye. Hm. Oh, ich sehe. Just like what's on the back of a $1 bill. Yeah, exactly. The Eye of Providence is supposed to be the symbol of Freemasonry in the Illuminati. Starting to see the picture? Not really. Okay, ähm. Warst du hier schon mal vorher? So, und die Frage, warum ist der hier gesperrt? Ja. Hm, okay. Es ist ja schön, dass wir dann trotzdem hier die ganze Zeit rumlaufen. Und die Polizisten müssen ja auch die ganze Zeit rumstehen. The government quickly issued evacuation orders. Eventually, the entire district was deemed unsafe for habitation and restricted. Therefore, Bloom Park was permanently closed. But a restricted area doesn't mean much if there aren't enough officers to patrol it. There are still plenty of ways in. You can even get in by boat. Hell, some people ignore the evac order and are still living here. Are they... okay? I don't know. But if anything happens to them, it'd be their own fault. Nicht, dass hier am Ende noch Zombies auftauchen. Are we safe? We are, yeah. Decontamination for this area is basically done. The chemical concentration around here isn't high enough to hurt you. You could run a marathon here and be okay. But it's still off limits, right? Yes, legally. That keeps the media out at least. I'm glad. It's quieter, than it usually is. Verschwein' jetzt nur deine Zeit. Hey Iris, I don't know what you're trying to accomplish here, but you're wasting your time. What do you mean? The cops have already scattered the place. They didn't find any leads, not a single clue. If they had, they would have notified Aiba. Aiba? My partner. Your partner? I don't see anybody. She's right in front of your eyes. Oder ist sie genau vor meinen Augen? Letzte Nacht fand ich Mizuki im Inneren der Säule. Warum war sie dort? Hm. Okay, wir können das hier nochmal fragen gucken, ob da auch mal eine andere Antwort kommt. Oh, linkes Auge ist aber natürlich auch wieder, auch unser linkes Auge ist ja verändert, sag ich mal, ausgestochen. Es zieht sich ja schon durch und wir erinnern uns ja auch noch mal an das Skelett, also vielleicht war das auch sie das Skelett. Hm. Es muss sich ein bisschen Sinn geben. Warte, was hast du gerade gesagt? Was? Der Eispick war in der linken Seite des Begründeten? Ja. Ota hat dir das gesagt? Er ist sicher, dass das was er sah. Ja. Warum? Aber das Auge blutet. Wenn Ota es ihm die Wahrheit sagt, dann muss sie das rausgenommen haben. Sie haben keinen Grund, zu lieben, über solche Detail. Die hat's rausgeschlossen. Mhm. Okay, wir schauen uns nochmal das Pferd an. Wir zoomen sogar nochmal ran. Oh. Wir könnten auch einfach hingehen. Ja. Ähm. Genau. Shokos Körper war genau hier festgebunden. Hm. Warte mal eine Sekunde. Okay, das heißt, es muss schon Feuer passiert sein. Okay, das heißt, es muss schon Feuer passiert sein. Kann ich hier nochmal mit dem Polizisten jetzt sprechen? Nee. Und ihr nochmal? Wir sollten gehen. Und jetzt schön das Video löschen. Hey, you all right? Are you okay? Morning sickness. What? I'm kidding. It's not like I would know. I'll give you a ride home. I'll give you a ride home. Yeah, score. Just wondering, but how much do you weigh? Don't you know it's rude to ask a lady that? 105 pounds. I see. 105, huh? You can tell just by lifting me? Yeah. Your back is so warm, Mr. Date. Wir sind wieder im Auto. Und das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Wir gehen einmal ins Menü und gucken hier ins File, was wir hier wieder für neue Sachen haben. Iris wurde geupdatet, Iris Sagan. Genau, die kennen wir jetzt etwas genauer, haben ein paar mehr Infos zu ihr bekommen. Dann wissen wir ein bisschen mehr über Ota scheinbar. Gut. Das war's hier. Dann haben wir, wissen wir mehr über, oh, wir wissen jetzt etwas über Nile. I said you bet. Ein Call-and-Response-Spiel, ja, genau. Sehr schön. Shovel Forge. Jawohl. Minecraft kennen wir jetzt auch. Die Illuminati. Mhm. Genau. Hier, dass man jemanden, was Deutsches hier sieht, ne? Ingolstadt, Bayern. Sehr schön. Da wurden sie gegründet. Odoin Kyoma. Das ist sein, ja, Autoren-Name. Volatile Solvents. Okay, das ist ja eine Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob das hier später nochmal überhaupt irgendeine Relevanz hat, überhaupt. Dann haben wir die Cloud-Speicher. Genau. Time of Arrival ist T-O-A. Sub. Sub-Account. Sink. Ja. Underground. Nicht viele Gigs. Dis. Ihr könnt es euch ja hier auch selber durchlesen. Oh Gott, da kommt aber noch viel auf uns zu hier. Und ich weiß immer noch nicht, ob sich das überhaupt lohnt, das hier alles durchzuklicken. Grimmel ist ein Zifreimauer. Dann Eye of Providence. Das kennen wir schon. Dann haben wir jetzt hier noch Lemniscate. Ähm. Okay, ein bisschen Mathematik. Das ist doch auch schön. Und GIG. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.